Also, AES hatten wir besprochen. Ich glaube, wir waren etwa bei dieser Folie stehen geblieben. Also, die Technik haben wir kennengelernt, ein Stück weit auch verstanden. Oder gibt es da noch Fragen dazu? Haben Sie noch Fragen zur Funktionsweise von AES? Gut, also dann Geschwindigkeit. Das heißt, etwa neunmal schneller als Triple DS, das sind natürlich gute News. Das heißt, wir haben ein neues Verfahren mit vielen Vorteilen, das außerdem noch neunmal schneller ist als das bisherige, noch sichere Verfahren Triple DS. Und wir kommen, also 1000 Megahertz Rechner, 200 Megabit pro Sekunde. Auf dem 3000 Megahertz Rechner hätten wir 600. Vielleicht kann man auch so in Richtung Gigabit schon kommen mit tollen Implementierungen. Mehr ist nicht machbar. Klar kann man natürlich auf Parallelrechner noch mehr erreichen, beziehungsweise auf Hardware-Implementierungen. Und ganz wichtig ist eben, dass man auf 8-Bit-Prozessoren das Ganze auch gut implementieren können. Mit einem Kilobyte Speicherplatz nur für den Objektcode. Das finde ich super beeindruckend. Okay, Sicherheit. Da hat eben dieser Herr Reindahl, der das in der, nein, Reindahl ist der Algorithmus und Reindahl war der eine Entwickler, der hat in seiner Doktorarbeit gezeigt, dass das gegen differenzielle Kryptoanalyse sehr gut gehärtet ist. Und außerdem, ja gut, diese Folie ist nicht mehr ganz aktuell. Alle Angriffe der Konkurrenten waren erfolgreich. Es gibt heute einen erfolgreichen Angriff. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon kurz erwähnt. Ein Jahr nachdem der Standard festgesetzt wurde, ist so ein Angriff publiziert worden. Aber der Angriff hat eigentlich nur theoretische Bedeutung, weil er praktisch viel zu aufwendig wäre. Aber der war von der theoretischen Seite her ganz interessant. Und zwar haben die gezeigt, dass man den Reindahl-Algorithmus als eine geschlossene Formel hinschreiben kann. Die Formel wäre zwar gigantisch groß, aber immerhin. Und wenn man das als geschlossene Formel hinschreiben kann, dann könnte es theoretisch Möglichkeiten geben, diese geschlossene Formel zu invertieren. Schauen Sie, wenn Sie jetzt hinschreiben können, unser... Wenn das AES eine geschlossene Formel ist, dann könnten wir hinschreiben, der Chiffretext ist F-A-E-S von Klartext M. Und ja, wir wissen ja außerdem, dass Reindahl invertierbar ist. Sonst wäre es ja keine Chiffre. Das heißt, wenn die Funktion invertierbar ist, dann muss es auch prinzipiell möglich sein, diese Gleichung, das ist jetzt eine geschlossene Formel, diese Gleichung nach M aufzulösen. Das heißt, dann können wir irgendwann schreiben, M ist gleich F-A-E-S hoch minus 1 von C. So, und wenn es jetzt eben, also das ist alles ziemlich hypothetisch und theoretisch auch, wenn es jetzt möglich ist, aus Klartext-Chiffretext-Paaren diese Funktion F-A-E-S irgendwie zu approximieren, zu kennen, dann ist es auch möglich, diese Umkehrfunktion zu bestimmen. Aber wie gesagt, der hat keine praktische Bedeutung. Okay, das heißt, wir können in sehr hohem Maße auf die Sicherheit von A-E-S vertrauen. Mehr können wir nicht sagen. Wir können nicht die Sicherheit streng im strengen mathematischen Sinne beweisen, weil A-E-S ist kein One-Time-Pad und die Mathe ist halt nicht ganz trivial. Aber das ist eigentlich eine ähnliche Geschichte wie, naja, wenn Sie Auto fahren, wenn Sie über eine Brücke fahren, wenn Sie im Hochhaus sind, niemand kann Ihnen garantieren, dass Sie eine Stunde später noch am Leben sind. Aber Sie können in sehr hohem Maße darauf vertrauen, dass Ihnen nichts passieren wird. Also das ist hier genau das Gleiche. Okay, gut. Andere Funktionalitäten, ja, das ist jetzt noch wichtig. Und das gilt übrigens nicht nur für A-E-S, das gilt für D-E-S und eigentlich für jede der modernen Blog-Chiffren. Wir können damit nicht nur verschlüsseln, wir können auch andere Dinge tun. Wir können diese Chiffre auch als Message Authentication Code oder kurz MAC benutzen. Das werden wir demnächst noch sehen, was ein MAC ist. Wir können es als Einweg-Hash-Funktion nutzen, auch das werden wir demnächst noch sehen. Wir können es als Strom-Chiffre nutzen und als Pseudo-Zufallsteilengelerator. Also Strom-Chiffre heißt ja, im Unterschied zur Blog-Chiffre, wenn wir jetzt bei A-E-S eine Blocklänge von 128 Bit eingestellt haben, dann wird immer ein Block verschlüsselt, ein nächster Block verschlüsselt. Es gibt aber auch Möglichkeiten, diese Block-Chiffre quasi in eine Strom-Chiffre umzubauen, sodass Bit für Bit verschlüsselt wird, auch mit hoher Sicherheit. Und wir können es auch als Pseudo-Zufallsteilengenerator nutzen. Ja, das werde ich Ihnen jetzt heute demnächst noch zeigen, wie wir das machen können, weil bei den Betriebsmodi für Blog-Chiffren, die wir jetzt gleich anschauen, werden wir sehen, wie wir das auch machen können. So, Betriebsmodi von Blog-Chiffren. Ja, damit starten wir jetzt, indem ich Ihnen einmal zeige, wie Sie so eine Block-Chiffre knacken können und wie Sie damit außerdem auch noch ganz schnell reich werden können. Jetzt müssen Sie also zuhören. Und zwar, das Erste ist, machen Sie ein Praxissemester bei so einer Großbank, weil die Banken, die haben viel Geld. Da gibt es viel zu holen. Und dann müssen Sie da am besten in die Abteilung gehen, die den bargeldlosen Zahlungsverkehr abwickelt und da am besten noch in die Krypto-Unterabteilung. Sodass Sie da ein bisschen mitkriegen, wie die Datenstrukturen beim bargeldlosen Zahlungsverkehr sind. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie so eine Überweisung funktioniert. Da werden natürlich Datenpakete übertragen über irgendeine Verbindung. Und zwar sind die natürlich verschlüsselt. Und die sind jetzt zum Beispiel mit DES oder mit AES verschlüsselt, diese Datenpakete. Und jetzt nehmen wir mal an, so eine Überweisung würde so aussehen. Das wären jetzt zwei, vier, sechs, sieben Blöcke. Sieben Blöcke, 128 Bit. Und dann ist das natürlich irgendwo auch standardisiert. Das heißt, da stehen halt, das weiß ich jetzt nicht, was da alles drinsteht, vielleicht das Datum, dann natürlich das Konto von dem das Ganze weggeht, dann das Empfängerkonto und, und, und. Alles Mögliche steht da drin. Irgendwo steht auch der Betrag. Vielleicht hier steht jetzt drin, 100 Euro werden übertragen. Und deswegen müssen Sie Ihr Praxissemester da bei der Bank machen, dass Sie wissen, in welchem Block steht der Betrag drin. Wenn Sie das jetzt rausgekriegt haben, dann können Sie ganz schnell reich werden. Und zwar, also diese Überweisung, die kommt ja von der Bank A und geht zur Bank B. Was Sie jetzt machen müssen ist, Sie machen ein Konto auf bei der Bank A und machen ein Konto auf bei der Bank B. Und Sie brauchen, ja, schon ein bisschen Geld auf der Bank A. Jetzt, wie machen wir es genau? Also erst einmal machen Sie ein paar Überweisungen. Also wenn Ihnen niemand verrät, in welchem der Felder steht der Betrag drin, dann machen Sie in kurzem Abstand mehrere Überweisungen mit immer dem gleichen Geldbetrag oder auch in größeren Abständen. Und dann werden Sie sehen, welches von den Feldern verändert sich nicht. Und dann können Sie natürlich auch nochmal unterschiedliche Geldbeträge nehmen und sehen, ah, jetzt verändert sich das Feld. Und dann wissen Sie, in welchem Feld der Betrag steht. Das ist ja schon mal gut. Gut, okay. So, und jetzt wollen Sie, die Idee ist die, Sie machen eine Überweisung von Bank A nach Bank B und überweisen sich einen Euro. Das heißt, hier bei A wird ein Euro abgebucht und jetzt müssen Sie beim U-Sadel natürlich gut aufgepasst haben, die Netzwerkverbindung abfangen. Also die Daten müssen, diese verschlüsselten Daten, die müssen Sie abfangen können und außerdem noch verändern können. Ja, Sie müssen sich wirklich in das Netz einschalten. Und jetzt gehen Sie her und nehmen diesen Block raus. Also das war ja jetzt ein Euro. Diesen Block, den nehmen Sie einfach raus. Der ist verschlüsselt. Da steht verschlüsselt ein Euro drin. Das wissen Sie, weil Sie haben ja die Überweisung getätigt. Ja. Und jetzt gehen Sie her und ersetzen diesen Block durch, sagen wir, 10.000 Euro. Eine Million würde ich nicht reinschreiben. Wer weiß, vielleicht haben die da Überprüfungen drin bei einer Million, dass da das jemand manuell nur anschaut oder so. Aber 10.000 Euro. Jetzt ist natürlich die Frage, woher wissen Sie, wie der verschlüsselte Code von 10.000 Euro aussieht? Wie kriegen Sie das raus? Sie haben ja gesagt, wir überweisen uns davor schon. Was ist das, wenn man davor kurz 10.000 Euro überreist? Genau. So ist es, genau. Sie überweisen sich selber einmal 10.000 Euro. Okay, leihen Sie sich halt von Ihrer Oma einmal 10.000 Euro und geben Sie ihr das zurück am nächsten Tag. Und dann wissen Sie, wie der verschlüsselte 10.000 Euro Block aussieht. Und jetzt können Sie den 1 Euro Block durch den 10.000 Euro Block ersetzen. Und das heißt, Sie haben 9.999 Euro verdient bei dieser einen Überweisung. Und jetzt können Sie das Spiel natürlich an diesem Tag, sollten Sie in kurzen Zeitabständen machen, 100 Mal wiederholen und dann haben Sie die Million. Und dann sollten Sie ganz schnell ins Flugzeug steigen, irgendwo hin. Okay, also jetzt wissen Sie, wie man reich wird mit AES. Ich meine, so ein Müll. So ein Müll. Jetzt haben wir da ein richtig cooles Verschlüsselungsverfahren kennengelernt und es lässt sich so leicht placken. Der tiefere Hintergrund, weshalb sich das so leicht knacken lässt, ist AES, ist eine monoalphabetische Chiffre. Das ist der tiefere Hintergrund. Weil, das heißt, dieser Klartext 10.000 Euro, der in diesem Block da drin steht, der wird bei gleichem Schlüssel immer gleich verschlüsselt. Und deswegen können Sie das x-mal wiederholen. Und Sie können, das ist der Grund, weshalb Sie diesen Block einfach austauschen können. Und der Empfänger merkt das gar nicht. Der Empfänger merkt es nicht. Ist das klar geworden, wie der Angriff funktioniert? Okay. Und jetzt zeige ich Ihnen natürlich, dass das mit dem Praxissemester doch nicht funktioniert, weil die Banken ja nicht ganz blöd sind. die tun natürlich was gegen diesen Angriff. Die Frage ist, ob man jetzt einfach irgendwelche Prüfsummen anhängt, die vielleicht auch noch geschützt sind und was ist da eigentlich? Man muss natürlich wissen, dass es Prüfungen gibt und die vielleicht später abändern. Genau das werden wir jetzt machen. Und zwar werden wir es nicht nur eine Prüfsumme, sondern die ganze Nachricht wird eine Prüfsumme sein. Genau das machen wir jetzt. Okay. Also wir sind ja jetzt gerade beim Abschnitt Betriebsmodi für Blockschiffern. Und dieser schlechte Default-Modus, das ist der sogenannte ECB-Modus, Electronic Codebook-Modus. Und ich meine, der hier, das sagt es schon, Codebook. Wir können uns ein Codebuch erstellen und das ist genau das, was wir machen. Ich habe ja gesagt, machen Sie mal eine Überweisung mit 10.000 Euro, dann wissen Sie nämlich den Code für 10.000 Euro und das schreiben Sie in Ihr Codebook rein. Und alles andere, was Sie sonst noch wissen wollen, schreiben Sie alles in Ihr Codebook rein. Und wenn Sie das Codebook haben, gilt allerdings nur für einen Schlüssel. Also Sie sollten nicht zu lang warten, weil wenn die Bank Ihren Schlüssel wechselt, dann funktioniert das nicht mehr. Okay, also wir haben eine monoalphabetische Chiffre und Sie können so ein Codebuch erstellen und damit können Sie als Angreifer dann gezielt Blöcke ersetzen, löschen, neue einfügen und so weiter. Okay, wie lösen wir das Problem? Durch den CPC-Modus. Cypher-Blockchaining. So, und vielleicht schauen wir uns gleich mal dieses Bild an. Bei dem billigen Default-Modus, ECB-Modus, da hätten wir hier einen Klartext, einen Strom von Klartextblöcken und dann würde jeder Klartextblock ganz einfach direkt in den Chiffre-Textblock übersetzt werden. So, und jetzt machen wir hier, die Pfeile sind es, wir machen so ein Blockchaining. Sprich, der erste Klartextblock M0, der wird verschlüsselt EK. Das ist unsere Blockchiffre mit dem Schlüssel K einfach auf C0. Der wird einfach einmal verschlüsselt. Also beim ersten Block alles ganz normal. So, und jetzt wird es interessant. Dieser zweite Block M1, der wird erst einmal bitweise XOR verknüpft mit C0. Das heißt, das was hier jetzt drin steht, jetzt können wir nicht mehr einfach austauschen, weil dieser Block hier, der hängt nicht nur von M1 ab, sondern auch noch von M0. Also wir könnten jetzt die ersten beiden Blöcke, die könnten wir noch am Stück austauschen. ja, aber nicht mehr den zweiten Block allein. Und so geht es weiter bis zum letzten Block. Und jetzt sehen Sie, dass diese Chiffretextblöcke, also der letzte Chiffretextblock zum Beispiel, der hängt von allen Klartextblöcken in der Nachricht ab. Naja, und jetzt können wir nicht mehr sagen, dieser letzte Chiffretextblock ist einfach eine monoalphabetische Abbildung vom letzten Klartextblock. Wir können allenfalls sagen, das ist eine monoalphabetische Abbildung von allen Klartextblöcken. Das können wir machen, das können wir sagen. Aber eben, dieser Angriff funktioniert nicht mehr. Also austauschen von nur dem Betrag, das geht nicht mehr. Und damit ist der Angriff nicht mehr möglich, weil das ist ja klar, die Banken, die tun natürlich hier drin Datum und alles Mögliche kodieren und mit Sicherheit noch so eine Identifikationsnummer für diese spezielle Überweisung und diese Identifikationsnummer wird vermutlich irgendwie zufällig gewählt und dann müssten sie noch diese Zufallsthaler raten. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Okay, gut. Ja, was gibt es noch zu sagen hier? Ich wollte, warte, jetzt muss ich noch mal zurückgehen hier. Stromschiffre, als Pseudo-Zufallszahlen- Generator, genau. Ja. Ja. Ich meine, wenn Sie hier diese Schiffretextblöcke anschauen, dann haben die erst einmal, und zwar wegen diesen Eigenschaften unserer Blockchiffren, nämlich dieses Konfusion und Diffusion. Die Konfusion und Diffusion führen dazu, wenn das eine sichere Blockchiffre ist, dass diese Schiffretextblöcke alle perfekt zufällig aussehen. Ja. 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 Also wenn Sie die anschauen und testen auf Zufälligkeit, dann wird, werden so statistische Tests sagen, sieht perfekt zufällig aus. Ja. Insofern können Sie das hier tatsächlich als Zufallsbit-Sequenz verwenden. Ja. Also so ein Schiffretext, den können Sie verwenden als Pseudo-Zufallszahlen. Ja. Keine echten natürlich. Aber die Schiffren, die sind so gut, dass das perfekt zufällig aussieht. Ja. Das heißt, Sie können solche Schiffretexte tatsächlich als Pseudo-Zufallszahlen-Sequenz verwenden. Ja. Und jetzt gibt es, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie jetzt so Pseudo-Zufallszahlen erzeugen können damit. Ich meine, klar, Sie können natürlich sagen, oh ja, ich nehme jetzt irgendeine lange Datei mit Klartext und tue die verschlüsseln und dann habe ich viele Zufallsbits. Wenn Ihnen da aber nichts einfällt als lange Datei mit Klartext, dann können Sie natürlich hier auch binäre Nullen verwenden. Alles. Naja, was passiert? Hier wird binär Null verschlüsselt und dann kommt was ziemlich Zufälliges raus. Dieses ziemliche Zufällige wird XOR verknüpft mit binär Null. Naja, ich meine, das heißt, wie ist das Moment XOR mit Null ergibt den Wert, den ich hatte. Genau, das heißt, das können Sie gerade weglassen. Das heißt, Sie nehmen das hier und tun es hier direkt rein. Das heißt, Sie verschlüsseln diesen Chiffretext nochmal und dann wieder und wieder und wieder. Sukzessive immer wieder neu verschlüsseln. Und weil die Chiffren eben Konfusion und Diffusion sehr gut machen, ist es immer wieder ein neuer zufälliger Block. Natürlich hängt der von dem Vorgängerblock ab, aber das ist bei allen Pseudo-Zufallszahlen Generatoren so. Alle Pseudo-Zufallszahlen Generatoren funktionieren genauso. Sie starten mit einer initialen Zahl, das wäre hier zum Beispiel binär Null und diese Initialzahl wird sukzessive immer wieder neu quasi wird daraus eine neue Zahl berechnet. Nichts anderes machen alle Pseudo-Zufallszahlen Generatoren. Also so können Sie trivialerweise so eine Blockchiffre als Pseudo-Zufallszahlen Generator verwenden. Und die Pseudo-Zufallszahlen die rauskommen die hängen deterministisch und eindeutig von diesem initialen Block ab. Das heißt wenn Sie hier mit binär Null starten kriegen Sie natürlich eine andere Sequenz als wenn Sie mit irgendeinem anderen Block starten. Und das ist genau die Eigenschaft von Pseudo-Zufallszahlen Generatoren. Daran merken Sie auch schon es ist nicht wirklich zufällig sondern es ist nur Pseudo-Zufällig. Weil es ist ja klar wenn Sie hier mit dem gleichen initialen Block starten dann kriegen Sie immer die gleiche Sequenz ja und deswegen ist es auch keine so gute Idee für kryptografische Anwendungen Pseudo-Zufallszahlen Generatoren zu verwenden da sollte man wenn man die Möglichkeit hat echte Zufallszahlen verwenden Okay gut ja genau Initialisierungsvektor jetzt haben wir noch ein Problem hier also das ist genau das was wir gerade hier diskutiert haben wenn wir hier zweimal den kompletten gleichen Klartext haben dann kriegen wir trotzdem wieder genau den gleichen Chiffretext ja also wenn Ihre Bank jetzt ein ganz naives Protokoll hier hat und keine irgendwie zufällige Seriennummer produziert für die Überweisung dann kann es tatsächlich sein dass Sie zweimal die gleiche Beweisung zum Beispiel Sie machen folgendes Sie überweisen 1000 Euro von Bank A nach Bank B fangen das ab und leiten es 100 Mal weiter ja das heißt hier wird einmal abgebucht und da kommt 100 Mal an das könnten Sie dann immer noch machen wenn die Bank naiv wäre okay aber das heißt was man dann machen könnte ist wir verwenden den CBC Modus und der erste Block M0 den hängen wir einfach vorne dran und zwar nehmen wir da einen Block der aus zufälligen Bits besteht und dann kann die Bank ein naives Protokoll haben wie sie will jede neue Nachricht liefert mir einen völlig anderen Chiffretext gut ja das ist die Idee mit dem Initialisierungsvektor erster Block wird zufällig gefüllt ah ja genau und dann gibt es noch das Padding nämlich der letzte Block es kann ja sein dass meine Nachricht dass da der letzte Block nicht mehr ganz voll wird dass da bloß noch ein Bit zum Beispiel gebraucht wird von dem letzten Block und das ist nicht so toll weil Angreifer die können natürlich dann wenn die wissen aha da ist nur noch das erste Bit relevant und der Rest sind binär Nullen dann gibt es da natürlich Angriffe auf den letzten Block und deswegen geht man her und tut dann den Rest der da noch kommt mit zufälligen Bits erfüllen natürlich muss man dann irgendwo in der Nachricht speichern wie viele Bits hat die insgesamt sodass man das dann wieder rekonstruieren kann beim Entschlüsseln okay gut ja andere Block Chiffren da haben wir jetzt hier so kleine Tabelle das sind alles interessante Block Chiffren die heute eingesetzt werden und ja klar also die die wir jetzt schon hatten nämlich DES DDS und Rheindahl die sind da nicht aufgeführt hier sind eben andere aufgeführt zum Beispiel IDEA vom James Messie an der ETH Zürich dann Blowfish von Bruce Schneier der Name sagt Ihnen sicher auch schon was das ist der der dieses tolle Kryptobuch geschrieben hat Applied Cryptography Blowfish und Tufisch beide von dem Schneier dann gibt es mehrere Chiffren RC2 5 und 6 von dem Ron Rivest den Namen Rivest werden wir natürlich auch noch kennenlernen das ist nämlich einer der Entwickler von RSA RSA steht ja für Rivest Shamir Adelmann eine Public Key Chiffre dann haben wir Serpent auch drei hochkarätige Kryptologen die das entwickelt haben und hier sehen Sie zum Beispiel ganz lustig ist ein Feistelnetz also die Feistel Chiffren die sind immer noch interessant oder auch hier Tufisch Blowfish da haben wir drei von denen sind Feistel Chiffren genauso wie DES dann haben wir noch Mars von Don Coppersmith Coppersmith ist oder ich weiß nicht ob es heute noch ist Chef Kryptologe bei IBM ja okay ja gut damit sind wir fertig mit den modernen Blog Chiffren und wir kommen jetzt tatsächlich zum Kapitel Public Key Kryptografie ja das Thema für Public Key Kryptografie heißt tatsächlich Internet Internet Zeitalter wir wollen heute mit Leuten rund um den Globus sofort ohne großes Theater sicher verschlüsseln können das heißt ohne dass wir irgendwie auf sicherem Wege einen Schlüssel austauschen müssen ja und da ist die Lösung bis heute immer und überall Public Key Kryptografie weil wenn wir symmetrisch verschlüsseln dann brauchen wir einen sicheren Weg um diesen Schlüssel zu übertragen und ich meine machen Sie mal Shopping Online Shopping und dann surfen Sie irgendwo auf einen Online Shop und sehen oh cool da gibt es das Produkt was ich will am billigsten und dann wollen Sie sofort einkaufen sie wollen sich nicht per Post erst einmal einen sicheren Schlüssel zuschicken lassen den Sie dann eintippen und eine Woche später können Sie dann kaufen damit ist das ganze Online Shopping kaputt mit Public Key Kryptografie funktioniert es ganz toll und interessant ist eben dass diese Verfahren wurden erfunden Mitte der 70er Jahre also genau zum richtigen Zeitpunkt nämlich genau da wo es anfing im Internet richtig loszugehen also ja gut 70er Jahre richtig loszugehen würde ich jetzt nicht sagen also wann ist es denn richtig losgegangen im Internet das ist eine gute Frage ich habe meine ersten E-Mails verschickt 1987 und da hatte aber bei weitem noch nicht jeder Internet Zugang ja so Mitte der 90er Jahre da ging es dann ab ja ok also sagen wir mal so rechtzeitig ist das erfunden worden die Public Key Kryptografie und der erste publizierte praxistaugliche Public Key Algorithmus war der DeFi-Hellmann Algorithmus den wir auch noch anschauen werden ja dann kamen RSA Elgamal und verschiedene andere Algorithmen und ja also Merkles Rätsel ist der erste Algorithmus der im Buch vorgestellt wird ich lasse den jetzt hier aus Zeitgründen weg das ist ein nettes Beispiel und zwar hat ein Student von der Uni Berkeley der hat sich diesen Public Key Algorithmus überlegt und zwar schon bevor die anderen publiziert wurden allerdings ist der nicht praxistauglich der ist nicht sicher genug aber das Prinzip steckt da auch schon drin okay ja und jetzt schauen wir den RSA Algorithmus an denn RSA ist so schön und einfach dass das für die Lehre einfach das Beste ist und übrigens auch in der Praxis wird RSA sehr häufig eingesetzt ja 1978 wurde RSA publiziert von diesen drei Herren Ron Riewest Adi Shamir und Leonard Adelmann die drei die haben also der Riewest der hat quasi das war der Entwickler wenn man so will der hat das Verfahren entwickelt und seinen Kollegen Shamir und Adelmann vorgeschlagen und der Shamir den Namen dürfen Sie sich merken Shamir ist der große Kryptoknacker also wenn immer ein neuer Algorithmus rauskommt dann wird dem sein Lehrstuhl seine Arbeitsgruppe den angreifen und erfolgreiche Angriffe dann publizieren und der Adelmann der hat da so auf beiden Seiten mitgemischt aber das ist ganz wichtig ich meine so eine Arbeitsteilung muss meines Erachtens eine Kryptoabteilung in einer Firma einhalten weil es geht nicht das funktioniert einfach nicht dass wenn Sie ein Entwickler sind oder einen Entwickler haben der Krypto oder Sicherheitssoftware bauen soll dass der die Sicherheitssoftware entwickelt designt entwirft implementiert und gleichzeitig auch noch testet das ist viel zu unsicher warum weil ein Stück weit jeder von uns betriebsblind wird Sie entwickeln irgendwas cooles und sind total überzeugt davon dass das gut funktioniert weil Sie haben ja jahrelang daran gearbeitet und Sie sehen dann die Schwachstellen halt nicht mehr so gut wie der Kollege in der Konkurrenzabteilung dessen im Idealfall wird dann dessen Prämie am Ende vom Jahr noch davon abhängen wie viele Algorithmen der geknackt hat der wird natürlich motiviert sein das was Sie entwickelt haben niederzumachen das heißt es muss eine getrennte Abteilung sein und das haben die anscheinend ein Stück weit bei dieser Entwicklung tatsächlich beherzigt so ja und dann muss man heute eine Sache noch erwähnen und zwar die haben RSA 1978 publiziert Diffie Hellmann wurde ich glaube zwei Jahre früher 1976 publiziert aber der britische Geheimdienst hat schon ein paar Jahre früher ich glaube 1973 oder 1974 diese Verfahren publiziert nämlich Diffie Hellmann und RSA sorry nicht publiziert eben nicht publiziert weil es ist ein Geheimdienst und das was die Leute bei den Geheimdiensten erfinden das darf halt nicht publiziert werden die hatten also das kam dann raus ich denke so vor zehn Jahren oder so kam das raus also da durfte der britische Geheimdienst das dann tatsächlich öffentlich machen dass dies eigentlich schon früher erfunden hatten und das finde ich den den AES schon geknackt die haben viel geld und ausgezeichnete wissenschaftler und super teure wahnsinnig aufwendige groß rechner und so weiter also die sind mit dem besten ausgestattet was es heute gibt da können sie sicher sein und deren mathematiker sind vermutlich nicht schlechter als die mathematiker die so frei rum laufen in der Welt also das muss man einfach im Hinterkopf haben die Geheimdienste können uns also dem Rest der Kryptologen auch mal ein oder zwei Schritte voraus sein und an dem Beispiel sieht man es da waren die ich glaube so etwa zwei Jahre dem Rest der Welt voraus was ich nicht oder für äußerst unwahrscheinlich halte ist dass die Geheimdienste einmal dem Rest der Welt zehn Jahre voraus sind weil die Wissenschaft funktioniert heute so durch die ganz tolle Kommunikation Vernetzung und auch die Konferenzen sind immer weltweit das heißt die Wissenschaftler treffen sich auf den großen Konferenzen alle vor Ort tragen sich die neuesten Erkenntnisse vor das heißt jeder der sich informiert ist ist auf dem aktuellen Stand was so weltweit die Community erfunden hat das heißt es kann eigentlich nicht passieren zumindest in der offenen Welt nicht passieren dass Wissenschaftlergruppen extrem weit voneinander entfernt sind wenn sie jedenfalls wenn sie nicht schlafen das heißt es kommt heute nicht vor dass irgendwo ein Wissenschaftler dem Rest der Welt extrem weit enteilt weil wir so gut kommunizieren und genau wissen wer was wo macht und deswegen glaube ich nicht daran dass die in den Geheimdiensten die uns extrem weit enteilt sind klar wenn man jetzt annehmen würde die Geheimdienste zahlen viel höhere Gehälter und deswegen gehen die allerbesten nur zu den Geheimdiensten aber es gibt sehr wohl auch extrem gute Leute die keine Lust haben den Stress beim Geheimdienst zu arbeiten sich anzutun sondern die sagen so ein Professoren Gehalt an so einer Uni damit kann ich gut leben ich habe sehr viel Freiheit es macht Spaß und fertig also deswegen können wir schon darauf vertrauen dass die freien Wissenschaftler richtig gut sind und dass die Geheimdienste nicht viel besser und sind ok gut schauen wir uns mal RSA an hier haben wir erst einmal die Anwendung von RSA ich habe es ja schon mal gezeigt aber das schreiben wir sehr wohl auch noch mal auf die Tafel hin und und ich möchte auch noch mal wiederholen was wir bisher schon kennen an Chiffren ich meine wir kennen jetzt die modernen Block Chiffren und das ist ja diese komplizierte Getreidemühle komplizierte mathematische Formel und das iterativ ganz oft angewendet mit dem Schlüssel verknüpft und so weiter aber was kennen wir an einfachen Formeln wir kennen die Verschiebeschiffre und die funktioniert ja so also jetzt in Form von Chiffre und Klartext geschrieben C ist gleich Klartext M plus so eine Verschiebung K Modulo N oder nehmen wir hier E weil das haben wir da drüben auch also plus so eine Verschiebung E Modulo N und da wissen wir das ist total unsicher dann haben wir es mit Multiplikation probiert C ist gleich M mal E Modulo N auch da wissen wir total unsicher dann haben wir es probiert gut das habe ich weggelassen mit einer Kombination M mal E plus D Modulo N auch das ist genauso unsicher wie die beiden da drüber naja jetzt haben wir Multiplikation und Addition probiert jetzt kommt die nächst komplexere algebraische Operation nämlich Potenzierung ja also C ist gleich M hoch E Modulo N und das ist nichts anderes als RSA und das finde ich schon cool also das ist doch klasse so einfach so einfach und dann außerdem sehr sicher und wir haben außerdem noch das Public Key Prinzip erreicht an der Stelle fragen Sie sich vielleicht warum hat das nicht schon früher jemand erfunden naja und die Antwort lautet die Tücke die liegt hier im Detail die Tücke liegt hier im Detail ich meine wir haben zum Beispiel hier schon gesehen auch hier gibt es schon eine kleine Tücke beim Multiplizieren das geht nicht immer gut hier war es eigentlich völlig unproblematisch ich kann als Modul nehmen was ich will und als E auch aber was war denn hier ja ja das war das Problem und andersrum was müssen wir beachten damit es nicht passieren kann ja ja gut die Chiffre die ist eindeutig aber das Problem ist dass sie nicht injektiv sein kann wenn wir ein falsches E wählen ist die Chiffre nicht mehr injektiv und dann können wir nicht mehr umkehren ja eben was ist die Bedingung an E und N da gibt es ja eine Bedingung an E und N genau so ist es also der GGT von E und N muss gleich 1 sein ja also da sehen Sie da haben wir schon so eine Bedingung das funktioniert nur dann richtig wenn die Bedingung erfüllt ist und hier unten das werden wir uns gleich jetzt anschauen was wir da beachten müssen da müssen wir ein paar Dinge beachten so dass das Ganze gut geht und dass es dann auch noch als Public Key Verschlüsselung funktioniert so also das ist hier die Formel für das Verschlüsseln M hoch E Modulo N so jetzt entschlüsseln das geht wir nehmen den Chiffretext C hoch D Modulo N und jetzt ist natürlich die interessante Frage wie sind D und E miteinander verknüpft die sind natürlich miteinander verknüpft weil das ist ja eine Public Key Chiffre das heißt zu diesem Schlüssel E gehört natürlich ein Dechiffrier Schlüssel D oder anders gesagt dieses E zusammen mit dem Modul N ist der Public Key der öffentliche Schlüssel beim Public Key Verfahren Sie erinnern sich da tun wir ja Verschlüsseln indem wir den öffentlichen Schlüssel des Empfängers nehmen damit verschlüsseln wir und der Empfänger nimmt dann seinen geheimen Schlüssel und tut es wieder auspacken das heißt dieses D ist der geheime Schlüssel zum öffentlichen Schlüssel E und die hängen natürlich sehr wohl miteinander zusammen und ganz wichtig ist natürlich außerdem dass wir diesen geheimen Schlüssel niemals aus dem öffentlichen Schlüssel irgendwie herleiten können sollen umgekehrt wenn ich den geheimen Schlüssel habe dann wäre es gut wenn ich daraus den öffentlichen berechnen könnte aber die Umkehrung nicht also Sie sehen wir sind wieder bei dem Thema Einwegfunktionen angekommen wir wollen sehr wohl aus dem geheimen Schlüssel den öffentlichen ausrechnen können die Umkehrung soll aber so gut wie unmöglich sein ok jetzt schauen wir uns einmal das Verfahren an also wie hängen diese Schlüssel zusammen beziehungsweise wie werden die generiert und das steht alles auf dieser Folie ich habe jetzt immer nur diese uralt Folie da jedenfalls genau das sind die Folien aus dem Netz ich glaube meine Folien sind korrigiert aber ich müsste mal die im Netz korrigieren und zwar was nicht ganz stimmt sind diese Schlüssellängen hier hier müsste man eigentlich sagen wir sollten hier für diese Zahlen p und q 1024 bit nehmen also was passiert wir wählen zwei große Primzahlen p und q und die sollten 1024 bit zum Beispiel haben dann berechnen wir n gleich p mal q also wir multiplizieren die miteinander wir multiplizieren zwei Primzahlen miteinander und das ergibt uns den Modul n mit diesem Modul wird dann verschlüsselt das heißt wir merken uns jetzt der Modul ist keine Primzahl sondern ist ein Produkt aus zwei Primzahlen ok und n hat dann eine Länge von 2048 bit wenn wir hier oben 1024 Quell haben ok und jetzt gehen wir her und wählen so eine kleine und gerade natürliche Zahl E und diese Zahl E die muss jetzt mit dem Modul N mit diesem Modul zusammenhängen und zwar die muss zu Phi von N also zu dieser Zahl zu P minus 1 mal Q minus 1 relativ Prim sein das heißt der GGT von E und Phi von N muss 1 sein so jetzt werden Sie sich fragen warum muss diese komische Eigenschaft gegeben sein das werden wir nachher beim Beweis der Korrektheit von RSA noch sehen da werden wir genau das brauchen sonst geht es nicht und daran sieht man natürlich auch schon so ganz trivial ist es nicht so ein RSA Algorithmus zu erfinden weil die Frage ist das E wird unser Exponent sein den wir verwenden aber da dürfen wir jetzt nicht alles verwenden sondern nur ganz bestimmte Es und zwar Es die teilerfremd hierzu sind so und jetzt bestimmen wir noch den anderen Exponenten D den wir zum entschlüsseln brauchen und zwar dieses D muss ja inverse sein zu E aber nicht inverse modulo N sondern inverse modulo phi von N und phi von N ist ja P minus 1 mal Q minus 1 vielleicht bevor wir hier weitermachen warum muss das D inverse zu E sein dazu schauen wir uns vielleicht einmal noch kurz die klassische Mathematik an wenn wir jetzt ohne modulo N rechnen und wir sagen C ist gleich M hoch E dann ist es ganz einfach zu entschlüsseln wie lösen wir die Gleichung nach M auf das ist die Frage M ist gleich naja was müssen machen was müssen wir tun was müssen wir tun den logarithmus aus c nö das würde ich jetzt nicht machen also wir können auch logarithmieren aber wenn wir logarithmieren dann sieht die Formel ein bisschen anders aus naja wenn da jetzt M Quadrat stehen würde was würden sie machen ja das heimathematisch die E-T-Wurzel auf C die E-T-Wurzel auf C klar die E-T-Wurzel aus C und das können wir ja auch schreiben als C hoch 1 durch E ja und wenn wir das jetzt schreiben als C hoch D dann sehen wir D ist gleich 1 durch E also der Entschlüsselungsexponent ist nichts anderes als 1 durch der Verschlüsselungsexponent oder E hoch minus 1 oder in anderen Worten könnten wir auch schreiben E mal D gleich 1 also Entschlüsselungs- und Verschlüsselungsexponent müssen Vorsicht wenn wir nicht modular arbeiten müssen inverse sein zueinander das müssen die Kehrwerte sein voneinander so und jetzt hier E mal D gleich 1 und da drüben steht jetzt D berechnet D als also die müssen inverse sein zueinander modulo dieser Zahl phi von n die da oben schon auftaucht Ja aufgrund von Satz 13 8 existiert D und ist eindeutig bestimmt warum also warum ist diese Gleichung hier eindeutig nach D auflösbar wenn wir das E haben die Antwort ist übrigens die gleiche wie die die ich Ihnen vorhin hier gestellt habe schauen Sie hier haben wir auch so eine Gleichung m mal e modulo n und da war doch die Frage unter welchen Bedingungen können wir die invertieren diese Gleichung also unter welchen Bedingungen können wir diese Gleichung nach m auflösen naja unter der Bedingung e und n müssen teilerfremd sein und hier wollen wir so eine Gleichung e mal d gleich 1 nach d auflösen ja was muss dann gelten ja dann muss e und phi von n die beiden müssen teilerfremd sein das haben wir aber hier oben schon gefordert das heißt unser e da oben steht unser e müssen wir so wählen dass es teilerfremd zu phi von n ist das heißt diese Bedingung ist erfüllt und deswegen können wir die Gleichung eindeutig nach d auflösen und wir wissen außerdem wie man d berechnet nämlich wir können das mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus berechnen so ja das war jetzt der Algorithmus für die Schlüsselerzeugung jetzt sind wir fertig jetzt können wir das paar e, n als öffentlichen Schlüssel bekannt geben und das paar d, n als geheimen Schlüssel nicht bekannt geben ja genau so bevor wir jetzt uns diesen kurzen Einzähler Korrektheitsbeweis anschauen machen wir uns doch vielleicht mal noch kurz Gedanken über die Sicherheit also wir wichtig ist wir haben diese beiden Paare e, n das ist der öffentliche Schlüssel und d, n ist der geheime Schlüssel so ja das ist die kritische Frage wie kann ich dieses d raus kriegen diesen geheimen Schlüssel wenn ich den öffentlichen das hier kenne die beiden Dinge kenne ich wie kann ich die raus kriegen wenn wir das schaffen ist das Verfahren geklappt schauen Sie sich nochmal die Schlüssel Generierung an was brauchen wir was brauchen wir um d zu berechnen wie wird d berechnet unter Punkt 4 steht jetzt ja genau ok also was brauchen wir denn um das d auszurechnen die beiden großen 1024 jetzt p und q ja genau absolut richtig wir brauchen p und q aber die haben wir natürlich nicht vielleicht gehen wir jetzt erstmal rückwärts vor also wir müssen ja diese gleichung nach d auflösen was brauchen wir dazu wir brauchen erst einmal e und wir brauchen phi von n ja also wir brauchen eigentlich gar nicht p und q sondern wir brauchen phi von n aber was ist phi von n naja jetzt sehen sie es p minus 1 mal q minus 1 also wir brauchen doch p und q oder sagen wir so eigentlich reicht es mir wenn ich phi von n habe aber wer sagt mir das woher kriege ich das also da wäre es ganz praktisch wenn ich p und q hätte weil dann könnte ich es ganz einfach ausrechnen so also die kenntnis von p und q würde tatsächlich das Verfahren knacken so naja wie können wir denn jetzt auf p und q kommen vielleicht überlegen wir nochmal was wissen wir denn welches wissen haben wir am anfang in der hand bevor wir überhaupt anfangen das ding zu knacken ja das ist aber ziemlich wenig ja also schauen sie wenn ich weiß es ist eine Primzahl mit 1024 Bit das wissen hilft mir ziemlich wenig wie viele wie viele jetzt nicht Primzahlen wie viele Zahlen mit 1024 Bit gibt es ja 2 hoch 1024 das sind 10 hoch 300 irgendwas das hilft uns nicht wirklich weiter jetzt könnte man natürlich sagen naja aber es gibt viel weniger Primzahlen aber das sind auch noch ganz schön viele wir werden es demnächst noch zeige ich Ihnen noch eine Formel wie viele Primzahlen mit 1024 Bit es gibt es sind viel zu viele also da können wir nicht einfach sagen die probieren wir jetzt alle durch geht nicht geht nicht aber das ist übrigens wichtig an der Stelle für die Sicherheit von RSA wichtig für die Sicherheit von RSA ist dass es genügend Primzahlen mit 1024 Bit gibt wenn es da bloß 5 Primzahlen gäbe dann hätte es überhaupt keine Sicherheit ja jetzt wie können wir denn P und Q irgendwie kriegen nochmal was wissen wir denn am Anfang wir wissen mehr als das P und Q 1024 Bit Zahlen sind naja wir wissen das was hier steht E und N wir wissen den öffentlichen Schlüssel und den Modul N kennen wir vielleicht hilft uns das ja was das hilft uns sehr wohl also eins kann ich Ihnen sagen RSA wird niemals per Brut-Force-Angriff geknagt sondern da gibt es intelligentere Angriffe mit ein bisschen Mathe wie kann ich aus E und N P und Q rauskriegen wie hängen die denn mit P und Q zusammen N genau ja also machen wir ja wir machen Primfaktor Zerlegung wir zerlegen die Zahl N in ihre Primfaktoren und wir wissen außerdem N hat genau zwei Primfaktoren also wir wenden das siebte Seratostenes an haben wir das nicht schon mal diskutiert ne ok also siebte Seratostenes ist ganz einfach wir wollen eine Zahl in ihre Primfaktoren zerlegen naja dann probieren wir halt wir probieren sie alle aus wir teilen die Zahl durch 2 durch 3 durch 5 und so weiter wir teilen die Zahl durch alle Primzahlen und sobald wir erfolgreich sind also das heißt sobald die Division irgendwann mal aufgeht ohne Rest haben wir einen Primfaktor gefunden und dann fängt es an einfacher zu werden weil dann ist die Zahl ja das Produkt aus zwei Primfaktoren und gut bei RSA sind wir dann fertig weil wir wissen die Zahl besteht nur aus zwei Primzahlen so jetzt ist die Frage wie groß ist denn der Rechenaufwand wie groß ist der Rechenaufwand für dieses simple Verfahren von dem Eratostenes also wir teilen wir wollen sollen wir da jetzt nur ein einfaches Beispiel machen an der Tafel mit kleinen Zahlen ja machen wir das vielleicht mal genau dann werden sie ziemlich schnell sehen wie wir das auch noch ein bisschen verbessern können ja welche Zahl wollen wir denn in ihre Primfaktoren zerlegen nehmen wir doch mal die Zahl 108 das ist nicht so gut oder doch ist egal ja ist nicht so gut weil da sind wir schon bei zwei erfolgreich nimm wir 121 das ist nicht schlecht So, also wir teilen durch 2, geht nicht, wir teilen durch 3, geht nicht, wir teilen durch 4 und so weiter. Bis wir irgendwann bei 11 angekommen sind und dann sind wir fertig. Weil wir wissen, dann sehen wir, das ist 11 mal 11. Jetzt nehmen wir aber mal die Zahl 123. Dann sind wir bei 11 noch nicht erfolgreich. Dann probieren wir es halt mit 12, mit 13, mit 14, mit 15. Wie weit müssen wir es denn probieren? Spätestens wenn wir durch 122 geteilt haben, dann können wir aufhören, oder? Nein, wir können schon viel früher aufhören. Wo können wir aufhören? Bei 12 können wir aufhören. Wobei wir durch 12 geteilt haben, sind wir fertig. Warum? Weil 12 mal 12 ist 144 und das ist schon größer als das. Schauen Sie, wenn wir jetzt geteilt haben durch alle Zahlen 1 bis 12, dann 12 mal x gleich 123. Wenn wir das so aufschreiben, dann wissen wir, das x hier ist kleiner als 12. Das heißt, alle diese möglichen x haben wir schon probiert. Und deswegen können wir da aufhören. Das heißt, wenn wir jetzt die Zahl n faktorisieren wollen, dann müssen wir nur bis Wurzel n probieren. Nur bis Wurzel n. Und damit können wir auch schon sofort den Aufwand für das naivste Faktorisierungsverfahren ausrechnen. Also das heißt, unsere Zahl n hat ja 2048 Bit. Also n ist irgendwas von der Größenordnung 2 hoch 2048 zum Beispiel. Der Rechenaufwand geht aber jetzt proportional Wurzel n nur. Das heißt, wir haben die Wurzel aus 2 hoch 2048. und das ist, was ist das? Genau, so ist es. Das ist natürlich schon cool. Der Exponent halbiert sich. Das ist gigantisch. Das heißt, der Aufwand reduziert sich um einen Faktor 2 hoch 1024. Cool, ja? Aber was übrig bleibt, ist auch nicht zu vernachlässigen. Also ich meine, das keine Chance. Keine Chance, das jemals in akzeptabler Zeit zu machen. Das ist das naive Sieb des Eratosthenes. Übrigens, das kann man auch noch verbessern, um einen konstanten Faktor. Und zwar, ich muss nicht alle Zahlen bis Wurzel n durchprobieren, sondern wenn ich zum Beispiel zweimal probiert habe, dann kann ich sofort alle Vielfachen von 2 weglassen. Wenn ich 3 probiert habe, kann ich alle Vielfachen von 3 streichen. Und wenn ich 5 probiert habe, alle Vielfachen von 5 streichen. Und damit reduziert sich der Aufwand schon nochmal deutlich, aber leider nur um einen konstanten Faktor. Das heißt, der Aufwand wächst tatsächlich proportional zu Wurzel n. Und das ist zu viel. Und jetzt haben sich die Mathematiker schon immer Gedanken gemacht über effiziente Faktorisierungsalgorithmen. Und natürlich ganz vehement haben sie sich angestrengt nach der Erfindung von RSA. Das ist klar. Und wir werden es nachher auch noch sehen. Faktorisierungsrekorde. Jedenfalls ist es so, die besten bekannten Algorithmen zum Faktorisieren sind heute viel besser. Die sind viel besser als das Sieb des Eratosthenes, aber immer noch nicht gut genug. Und daran wird natürlich die Sicherheit von Public-Key-Verfahren gemessen. Nämlich, wie schnell sind die schnellsten Faktorisierungsalgorithmen, die es heute gibt. Also das wird ein ganz wichtiges Thema sein. Das schauen wir uns dann auch noch ein bisschen genauer an. Okay, aber jetzt erst einmal schauen wir, achso, machen wir noch ein kurzes Beispiel. Machen wir dieses Beispiel und dann schauen wir uns die Sicherheit von RSA an. Nö, dann schauen wir uns die Korrektheit an, um dann wieder zur Sicherheit zu kommen. Also kleines Beispiel. Beispiel, wir nehmen P gleich 61, Q gleich 97. Das sind zwei Primzahlen. Also sind natürlich viel zu klein, aber mit 1024-Bit-Zahlen, da wären die Folien zu klein dafür. Das Produkt, der Modul, ist dann 5917. Dann rechnen wir aus Phi von N. Phi von N ist dann 60 mal 96. Also da jeweils eins abgezogen und ist 5760. Jetzt wählen wir E gleich 47 und das ist eine Zahl, die ist teilerfremd zu Phi von N. Und berechnen mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus die Inverse zu E, Modulo Phi von N und da kommt raus 1103. Und jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir nämlich unseren öffentlichen Schlüssel 47 und den geheimen Schlüssel 1103. Das ist natürlich ein Fehler hier auf der Folie. Das muss heißen 47,5917. Das ist der öffentliche Schlüssel. Da muss der Modul stehen. Jetzt verschlüsseln wir diese Nachricht M. Ich habe jetzt immer Blöcke mit drei Ziffern genommen. Wir hätten auch vier Ziffern Blöcke nehmen können, aber Vorsicht, die müssen natürlich kleiner als N sein. So, wir verschlüsseln 348, den ersten Block, hoch 47, Modulo N gibt 4479 und so entsteht dann unser Chiffretext als eine Folge von Blöcken mit vier Ziffern. Okay, gut, und jetzt überprüfen wir nochmal, ob das in Schlüsseln auch funktioniert. Jetzt nehmen wir diesen ersten Chiffretextblock, aber das kann man hier unten leider nicht mehr gut erkennen. 4479 hoch 1103, weil das ist ja unser D, Modulo 5917 macht, siehe da, 348, kommt wieder raus. Also, an dem einen Beispiel haben wir gesehen, das funktioniert. Das ist natürlich noch kein Beweis für die Funktion und deswegen müssen wir uns das jetzt natürlich noch genauer anschauen. Erst einmal formulieren wir das Ganze als Satz und das ist die Korrektheit des RSA-Algorithmus. Und der Satz besagt genau das, was wir gerade gesehen haben. Nämlich, wenn wir irgendeinen Block verschlüsseln und das wieder entschlüsseln, dann kommt der Originalblock wieder raus. Also, der Satz sagt nichts anderes als D von E von M gleich M und E von D von M ist auch gleich M. Also, Verschlüsseln und Entschlüsseln sind tatsächlich invers zueinander. Und das müssen wir noch beweisen. Gehen wir nochmal zurück auf unsere Schlüsselgenerierung. Hier steht nirgends, dass dieses D, was wir hier ausrechnen, tatsächlich den Klartext reproduziert. Das müssen wir jetzt erst einmal beweisen. Und der Beweis ist so erstaunlich einfach, dass ich Ihnen den jetzt zeigen möchte. Also, was ist denn D von E von M? Naja, E von M, also die Verschlüsselungsfunktion, Groß E von M, ist ja nichts anderes als M hoch E Modulo N. Und das ergibt ja unseren Schiffretext. So, und D von C ist ja nichts anderes als C hoch D Modulo N. Ja, und das C ist M hoch E, also M hoch E hoch D Modulo N. Und das wissen wir alle aus der Mathematik. M hoch E hoch D ist M hoch E mal D Modulo N. So, und was es zu zeigen gilt, ist, dass M hoch E mal D Modulo N gleich M ist. Also Verschlüsseln und N-Schlüsseln nacheinander führt wieder zum Klartext. Das ist zu zeigen, hier steht es jetzt. M hoch E hoch E mal D ist Konkurrent zu M Modulo N. Vielleicht zur Erinnerung nochmal, dieses Konkurrent zu M Modulo N ist nur eine Abkürzung für, also ausgeschrieben bedeutet das, M hoch E mal D Modulo N ist gleich M Modulo N. Wobei hier das Modulo N, das können wir weglassen, weil unsere Klartextblöcke, die müssen natürlich immer kleiner als der Modulo sein. Okay, also das müssen wir zeigen. So, ja, als erstes wissen wir einmal E und D, die sind invers zueinander, bezüglich dem Modul Phi von N, also bezüglich diesem Modul. Naja, dann können wir doch, also vielleicht gehen wir auch gerade da nochmal an die Tafel. E mal D Modulo Phi von N ist gleich 1. Das heißt doch, dass E mal D, wenn wir diese Zahl nehmen und durch Phi von N teilen, dann ist der Rest 1. Okay, ja, dann können wir aber auch schreiben, E mal D ist gleich irgendein Vielfaches P, nein, P haben wir schon gehabt, was nehmen wir jetzt, M mal Phi von N plus 1. Okay, rechnen mit Resten, ja, ist das klar noch? Das heißt doch, dass der Rest bei Division durch Phi 1 ist. Ja, und der Rest 1 heißt doch nichts anderes als die Zahl, um die es geht, ist ein Vielfaches von dem Modul plus 1. Okay, achso, sorry, da drüben sehe ich gerade, da haben wir K genommen, da nehmen wir hier auch K, also K ist das Vielfache. Und jetzt ersetzen wir das Phi von N noch durch P minus 1 mal Q minus 1 und dann steht die Formel hier auf der Folie da. Also E mal D ist ein Vielfaches von Phi von N plus diesem Rest 1. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schlüssel zu dem Beweis. Das E mal D hier im Exponenten, also diesen Exponenten E mal D, den können wir ersetzen durch das, was hier steht. So, sind Sie alle noch am Ball? Gut, dann starten wir mit dem Beweis. Also, jetzt legen wir los und schreiben M hoch E mal D. Modulo N ist M hoch und jetzt schreiben wir das 1 plus K mal P minus 1 mal Q minus 1. Oh, Vorsicht, sorry. Wir machen das Ganze jetzt nicht Modulo N, sondern wir machen das Modulo P. Ich meine, das bleibt mir jetzt freigestellt. Ich rechne jetzt Modulo P und P war dieses P mal Q gleich N. Also, M hoch E mal D ist konkurrent zu diesem Ausdruck Modulo P. Und hier haben wir ja nur das E mal D ersetzt. Und dann nehmen wir eben noch Modulo P hinten dran. Das dürfen wir auch. So. Naja, jetzt verwenden wir, ich meine, das, was hier steht, ohne das Modulo P, ist ganz normale Mathematik. Wir haben eine Zahl hoch an Exponenten. Ja, wenn wir jetzt eine Zahl hoch 1 plus irgendwas haben, dann können wir das auch schreiben als die Zahl M mal M hoch diesen ganzen Rest. Also, M mal M hoch P minus 1 mal K mal Q minus 1. Und das haben wir gleich schon so geklammert. Also, das können wir ja auch, wenn wir, wenn wir sowas haben, M hoch A mal B, ist das nichts anderes als M hoch A hoch B, so geklammert. Ja, und das haben wir jetzt gemacht. Also, wir haben quasi das P minus 1 hier rein geklammert, hoch K mal Q minus 1. So, ja, warum machen wir denn das? Ja, das machen wir, weil das uns die Sache vereinfacht. Und zwar, M hoch P minus 1 Modulo P. Modulo P ist gleich 1. Warum? Auch das haben wir schon gesehen gehabt. beim Thema Zahlentheorie. Das gilt nicht immer, aber unter bestimmten Bedingungen gilt sowas. Ich meine, wir hatten das in, es stand ein bisschen anders da, und zwar stand da, A hoch N minus 1 Modulo N ist gleich 1. Und zwar der Vorstand noch, wenn N prim ist, dann gilt es. Und das ist ein ganz wichtiger Satz aus der Zahlentheorie, wichtiger, einfacher, elementarer Satz. Vielleicht weiß jetzt noch jemand, wie der heißt, der Satz. Das ist der kleine Fermatsche Satz. Ja? Das ist der kleine Fermat. Okay, und den übertragen wir jetzt auf das hier oben. Modulo N entspricht dem Modulo P, also, dann haben wir hier hoch N minus 1, da haben wir hoch P minus 1. Das heißt, das gilt jetzt auch, wenn, unter welcher Voraussetzung? Der kleine Fermat hat doch auch eine Voraussetzung, oder? Nämlich N prim. Also, wenn N prim ist, gilt M hoch P minus 1 Modulo P gleich 1. Muss halt P prim sein, klar. Und das Schöne, Coole ist, das P ist prim. Jetzt raten Sie mal, warum das P prim ist. Das ist genau wegen dem hier prim. Das ist der Grund, weil wir wollen das M hoch P minus 1 hier loswerden. Das wollen wir loswerden. Also, und schauen Sie, so funktioniert die ganze Mathematik. Die popeln da rum und spielen rum und versuchen, das zu beweisen und merken, was ist denn dieser Beweis, der geht nur dann durch, wenn das hier 1 wird. Ja, dann machen wir es halt zu 1, weil wir kennen ja den kleinen Fermat und wissen, aha, also wenn das P prim ist, dann wird das Ding 1. Also schreiben wir in die Voraussetzungen für unsere Schlüsselgenerierung rein, P muss prim sein. Dann können wir das hier durch 1 ersetzen. Und das steht jetzt hier. 1 hoch K mal Q minus 1. Modulo P. Na ja, das ist natürlich wunderbar, weil jetzt steht 1 hoch irgendwas und 1 hoch irgendwas ist 1. Also steht da M Modulo P. Wunderbar, Korrektheit von RSA gezeigt. Nein, natürlich nicht. Korrektheit von RSA wäre gezeigt, wenn hier stehen würde Modulo N. Gehen wir nochmal zurück, eine Folie. Hier. M hoch E mal D muss gleich M Modulo N sein. Das wollen wir zeigen. Jetzt haben wir aber betrogen. Jetzt haben wir das bezüglich Modulo P gezeigt. Aber das hilft uns weiter. Weil jetzt machen wir genau das gleiche Spiel nochmal. Modulo Q. Ich meine, das geht natürlich genauso gut, weil das Q ist genauso eine Primzahl wie P. Geht genau analog durch. Also Modulo Q zeigen wir das gleiche auch noch. Und jetzt verwenden wir den chinesischen Restsatz. Das ist ein richtig cooler Satz aus der Zahlentheorie, den wir genau hier brauchen können. Der chinesische Restsatz, der sagt, wenn ich eine Gleichung habe, die Modulo P gilt und eine zweite Gleichung habe, die Modulo Q gilt und wenn P und Q Primzahlen sind, dann gilt die Gleichung auch Modulo P mal Q. Ja, wunderbar. Brauchen wir den bloß anwenden. Wir haben jetzt nämlich diese Gleichung Modulo P gezeigt. Wir haben die Gleichung Modulo Q gezeigt. Also gilt sie auch Modulo P mal Q, sprich Modulo N. Damit sind wir fertig und es gilt M hoch E mal D, Modulo P mal Q ist M. Fertig. Und damit ist die Korrektheit von RSA gezeigt. Und Sie sehen jetzt sehr schön, weshalb P und Q Prim sein müssen, weil sonst würde der Beweis nicht gehen. Und Sie sehen auch sehr schön, warum E und D Invers Modulo P minus 1 mal Q minus 1 sein müssen. Weil dieses Spiel, weil der Beweis, der geht nur durch mit P minus 1 und Q minus 1. Und warum? Schauen Sie hier, Moment, wo war das? Hier, hier. An der Stelle haben wir den kleinen Fermat angewendet. Und der kleine Fermat, der gilt halt nicht für A hoch N Modulo N, sondern für A hoch N minus 1 Modulo N. Deswegen brauchen wir dieses P minus 1 mal Q minus 1, Sonst würde RSA nicht funktionieren. Also wenn E und D Invers Modulo N wären, dann funktioniert RSA nicht. Sondern wir müssen es Modulo Phi von N machen. Letztlich wegen dem kleinen Fermat. Jawohl. Okay. Und an der Stelle machen wir Schluss. Und beim nächsten Mal machen wir uns dann nochmal Gedanken über die Sicherheit. Also sprich Faktorisierungsangriffe und Primzahlen und so weiter. Gut, danke.